hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück zu deos x ich möchte euch hier willkommen heißen im pausenmenü und zwar möchte ich mich erst mal zutiefst bei euch entschuldigen dass die letzten ja jetzt eigentlich diese woche also die letzten paar tage ein bisschen unregelmäßig die parts kommen gerade jetzt hier von deos x die anderen habe ich ja alle quasi auf meiner externen festplatte schon alles vor produziert nur hier nehme ich ja quasi live auf weil es ein bisschen auf die kommentare eingehen möchte etc allerdings bin ich zurzeit real life technisch so im stress ich finde eigentlich ja so ziemlich gar keine zeit aufzunehmen ich habe auch eigentlich jetzt keine zeit möchte ich euch aber heute trotzdem noch mal ein paar liefern und morgen morgen ist erst donnerstag ja ab wochenende wird es da wieder richtig losgehen und regelmäßig allerdings diese woche arbeit nervt alles nervt und alles stresst so ein bisschen seid mir da bitte nicht böse und wir sind ja stehen geblieben hier vor dem hubschrauber und wir schauen doch gerade mal in unser questlog rein wenn ich das denn finde stimme aus der dunkelheit dunkelheit gerade mal hier durchlesen britchard hat an meine bürotür eine kryptische botschaft gefunden ein namenloser informant will sich in einer gasse an der beckley avenue mit mir treffen das ist ganz in der nähe des zarif plaza wenn es meine zeit zulässt gehe ich hin ja die zeit haben wir aber gerade nicht denn wir sollen zum helipad in der derelict row gehen und da sind wir gerade es wird zeit dass ich diese untersuchung woanders fortsetzen zarif hat malig befohlen eine runde über die derelict row zu drehen bevor sie mich einsammelt ich könnte mich am helipad auf dem dach in der nähe der antenne abholen lassen und genau das würde ich sagen machen wir jetzt kurze fpse einbrüche los geht's helikopter benutzen ja bitte ja los und da geht es auch schon los mit einer kleinen katzin ich bin gespannt wo es hingehen wird ich hoffe hier auch so ein wenig oder ihr wisst es schon durch das eine der andere ip oder das silber spielen man weiß es ja nicht genauso hoffe ich dass sie mich gerade verstanden haben als der heli gestartet ist im augmentierung menü können sie erfahrungspunkte in zusätzliche upgrades oder neue augmentierungen investieren ja das wussten wir ja schon ich weiß gar nicht wie viel geld ich zur zeit habe da ist am ende vielleicht noch mal in der limb klinik so ein praxis pack möglich schauen wir mal kann sein dass dieser part nicht allzu lange gehen wird möchte ich euch nur schon mal vorwarnen wo sind wir hier auf jeden fall schon auf einem parkplatz und ich bin gespannt wenn wir zurückkommen wenn wir wieder zurückkommen sollten zu der ersten stadt ich weiß gar nicht wo sind wir denn momentan wir kommen auf die karte schauen und zwar bin ich da mal sehr gespannt umgebung untersuchen ok ob wir uns denn dann immer noch ja so ein bisschen mit der polizei befeindet sind quasi es war schlechtes deutsch ich weiß so gesamt dp 32.000 noch 2000 oder 3000 haben wir die nächste praxis und wir haben wir haben 2 wir haben ja noch 2 mensch wofür setzen wir die denn ein wir könnten das tarnsystem zum beispiel mal nehmen was ist das der mal panzerung was bringt das denn verwendung senkt schaden um 15 prozent ok also wir haben 2 verfügbare praxen gut wir haben letzten part natürlich auch schon einige quests abgeschlossen dieses ikaros landes system soll ja nicht allzu viel bringen eigentlich haben wir dann das ist ja das um zwei feinde anzugreifen das haben wir schon das ist das tarnsystem ziel stabilisator wir könnten uns diese lungenaugmentierung holen schützt vor gefährlichen gasen ermöglicht längere sprints ja wir holen uns mal diese lungenaugmentierung das wäre dann das nächste verwendung 2,5 sekunden längere sprints dauert na gut das ist ja hier dann mehr schwachsinn aber wir sind jetzt gegen giftgas immun das ist doch schon mal gut so ich würde sagen bevor wir uns umsehen wir sprechen erstmal mit den hiesigen anwohnern die auch bewaffnet sind und augmentiert mcb bandenchef mit dem unterhalten wir uns doch mal objekte kaufen gehen informationen ich könnte ein paar informationen gebrauchen ich habe natürlich schon einiges zu erzählen irgendwelche speziellen wünsche läuft hier zurzeit irgendwas verdächtiges verdächtig ist das falsche wort jede menge fahrzeuge fahren ständig rein und raus die planen was groß ist wer sind die genau das ist das problem man kann die mistkerle nicht einordnen bis vor einem monat haben regierungsleute den textilfabrikanten das ganze land abgekauft und seitdem geht in dem laden irgendwas ab was total wie war das nochmal verdächtiges genau verdächtiges irgendwas total verdächtiges geht er ab diese spezialeinheiten sind rein in die fabrik und haben jetzt eine größere operation laufen sie haben mein bruder ausgeknipst weil er da geschäfte machen wollte ruhe in frieden begrüßen genau ruhe in frieden sind die spezialeinheiten noch da na sicher wir haben eine patrouille im hof scharfschützen auf dem dach das volle programm aber ich habe fahrzeuge von der regierung gesehen könnte also sein dass alles verlegt wird und die feds hier wieder auftauchen danke okay sonst noch was schauen wir doch mal was er so ein angebot hat was ist denn im angebot scheiße man wir haben gerade echt scharfe ware hier was darf sein spezial upgrade zielberechnungssystem für betäubungsgewehr oder arm post haben wir leider keine munition für eine gaskanade und eine imp-granate auswahl an munition anschauen aber wir haben ja momentan auch gar nicht unser betäubungsgewehr dabei schauen wir sind nicht schlecht genau munition für betäubungsgewehr bringt uns nix weil wir haben kein betäubungsgewehr werden nur fünf feiler munition für schrotflinte armbrustbolzen bringt uns alles nix granaten pack ne brauche man nicht spezial upgrade 1500 für betäubungsgewehr haben wir ja beides nicht mehr ok ich brauche im moment nichts aber danke für das angebot kein problem friede und vorsichtig sein na klar werden wir vorsichtig sein weil was haben wir überhaupt wir haben nur scharfe waffen dabei wir haben eine schrotflinte dabei eine mp eine panzerbrechende pistole die haben wir schöne geupgradet genauso wie die mp hat magazinerweiterung die schrotflinte und das standardgewehr also wir haben nur waffen mit denen wir action machen können aber wir haben keine munition für die mp sehe ich gerade hier unten das ist natürlich schon mal schlecht aber wir haben für die pistole genug für standardgewehr haben wir auch ein bisschen was ok können wir da einfach so reingehen hmhm wir gehen mal in den schleichenmodus und machen mal ein quicksafe dass ich einfach so hier reingehen kann keine gegner nix ah ne cutscene aber die schauen wir uns mal an wir sind aufgeflogen Mendeley sollte die Leichenhalle eigentlich abriegeln aber irgendjemand war vor uns bei der Leiche noch haben wir Zeit wir schnappen uns den Kerl dafür ist es zu spät wir müssen verschwinden aber was ist mit dem Holländer ich rufe gleich an malik verschwinden sie los warum was ist los sie sind hier die söldner die megan und ihr team getötet haben scheiße ich gehe rein ich schau mal kurz auf die Karte was sollen wir denn da hinten machen und wo ist das wahrscheinlich ganz hinten oh nein wir müssen ins untergeschoss da sind Treppen also auf jeden Fall schon mal zu den Treppen nach unten und da haben wir M9 Untersuchung der Spuren in Highline Fabrik sie sollten in der Lage infiltrieren ok und äh der Holländer ich weiß gerade nicht mehr was es für ein Film war schreibt mir das bitte in die Kommentare ich weiß nur der Held es ist auf einem bestimmten ich glaub so ein Marvel Comic Film und der Held hat so einen weißen Totenkopf auf seinem schwarzen T-Shirt vorne drauf ich weiß gerade nicht mehr wie es halt Punisher ihr braucht mir nichts in die Kommentare schreiben ich hab's gerade selbst rausgefunden der Punisher da habt ihr den Film gesehen mit dem Holländer der später das kochende Wasser ins Gesicht kriegt naja gut aber wir sind nicht mehr geduckt oh da ist eine Wache da sind viele Wachen und wir können hier ja eigentlich nur Action machen wir können hier mit nichts interagieren um es vielleicht hoch zu heben ich guck mich trotzdem nochmal um vielleicht gibt's hier ja doch noch den einen oder anderen alternativen Weg ich dachte gerade wer hat denn da dran gekotzt ähm alternative Wege sieht mir hier schwer mal nicht danach aus wenn ich jetzt rausgehen würde da gibt's auch nur diesen Eingang ich glaub nicht dass hier irgendwie noch was ist wir könnten allerdings mal nachsehen vorsichtshalber hier geht's auch nochmal runter da geht's nirgends wohin oh was haben wir hier Credit Chips yay 295 aber schon mal besser wie nix ok gehen wir nochmal raus ich möchte mich doch noch erstmal hinten in diese Ecke da umsehen wo die ganzen Typen hier stehen wär viel cooler wenn wir die anheuern könnten aber dem ist leider nicht so hier ist nur so ein Container in dem sich nix befindet und ansonsten gibt's hier auch leider nicht wirklich was MCB-Mitglied mit dem können wir leider nix machen aber wir sind uns immerhin freundlich gesinnt Jo wie läuft's mal äh kommt man wir können hier nur noch Objekte kaufen hätte sein können kein Problem ja das breche ich mal ab dass wir eine neue Dialogoption haben in Bezug auf ey Leute kommt mal mit da rein da ist voll die Action am Start können wir hier hochklettern nein ist keine Leiter das ist auch kein Lüftungsschach kein wirklicher da oben hm ok würde jetzt natürlich noch eine obso eine Alternative geben und zwar indem wir uns einfach hier in die Ecke stellen und wo hat das alles rum ist nein äh indem ich jetzt wir könnten die Wache auch von hier aus erschießen bang bang die kommen hier bestimmt nicht rein die laufen bestimmt nur da draußen rum wenn wir die einfach alle niederschlachten deswegen stelle ich euch jetzt wieder die Frage ich weiß nicht wie lange der Part ging es kann wirklich sein dass er sehr sehr kurz war dann tut es mir leid allerdings würde ich euch jetzt gerne äh die Frage stellen sollen wir die einfach mal alle niedermetzeln ich meine unser unser Waffenarsenal was wir dabei haben würde dies definitiv äh ja auch so sehen dass wir die alle ein bisschen äh niederschießen und uns hier quasi wieder unseren Weg durchsparen bis ins Untergeschoss und natürlich werden wir hier noch ein bisschen die Räume erforschen weil ich möchte natürlich auch wissen was gibt es da alles ja oder aber sollen wir wieder ein bisschen sneaky machen uns versuchen an dem vorbeizuschleichen was bei mir ja trotzdem meistens schief läuft aber trotzdem der will er zetern dann würde ich versuchen uns dass wir uns hier erstmal durchschleichen und äh allerdings schneide ich das ganze dann noch nicht raus also wenn ich dann irgendwo warte ach da hinten ist noch einer den sieht man aber verdammt schlecht also wenn ich dann irgendwo warte weil da jetzt irgendwie eine Wache ist so was schneide ich nicht raus weil der eine oder andere will es sehen der eine oder andere nicht und der der es nicht sehen will kann ja dann einfach vorspulen ja das sollte ja nicht so das Problem sein so macht man es eigentlich beiden Parteien gerecht und ihr schreibt mir bitte in die Kommentare Gewalt oder eher Sneaky alarmiert jetzt haben die mich auch noch gesehen ach so ein Mist dann gehen wir nochmal raus so und da sind sie nicht mehr alarmiert dann warte ich jetzt einfach mal hier draußen äh mach hier mal ein Quick Save schnell muahaha und wie gesagt schreibt mir in die Kommentare ob ich da richtig Gas geben soll mit mal wieder ein bisschen Action so wie im Polizeirevier oder aber auch nicht von daher würde ich sagen beenden wir hier den Part so kurz auch sein mag und sehen uns dann morgen oder vielleicht auch erst am Freitag im nächsten Part ich muss gucken ob ich das morgen packe äh ja kann ich nicht versprechen wie schön hier das Wasser runter läuft gefällt mir gerade gut fällt einmal sonst nicht auf aber hier ist halt diese Regenrinne aber na gut es hat nichts mit der Regenrinne zu tun es läuft einfach hier vom Dach runter gefällt mir aber ja aber genug von den grafischen Details gebt mir Bescheid bis dahin ciao ciao so so so